Hallo meine Lieben, ich wünsche euch ein froh, frohes Osterfest und wir sehen uns gleich noch mal, nur mal wieder. Hallo meine Lieben, ja, da bin ich zum nächsten Tea Time Video. Und zwar habt ihr mir ein paar Fragen gestellt, die ich euch heute gerne beantworten möchte. Als erstes fange ich an mit dem Lukas von Lukas Kleine Bastelwelt. Sorry, dass ich immer da so ein bisschen hoch gucke, aber da ist mein Monitor und da habe ich mir die Fragen aufgeschrieben, damit ich auch das vernünftig beantworte. Okay, also Lukas wollte von mir wissen, wie ich denn überhaupt zum Basteln gekommen bin. Ja, und das ist ziemlich einfach. Ich wollte für jemanden ein Geschenk machen, so ein bisschen individuell, nicht so langweilig und irgendwas Gekauftes, sondern was Selbstgemachtes. Und dann habe ich bei YouTube mal ein bisschen geguckt und bin dann auf Sammy Finn und später auch auf Liebesfuchs gestolpert. Und habe bei denen halt so ein paar Sachen mir angeguckt und fand die eigentlich total schön, die Sachen, die sie so gemacht haben. Ja, und habe da einige Sachen nachgebastelt mit sehr, sehr, sehr geringen Mitteln, die ich hier zu Hause hatte. Zu der Zeit hatte ich fast gar nichts an Bastelsachen. Ja, und das hat mir mega Spaß gemacht und da habe ich mir gedacht, ja, dann kaufst du dir vielleicht das ein oder andere Teilchen noch. Und dann, ja, habe ich immer mehr gebastelt, immer mehr. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ja, mein Gott, eigentlich könntest du doch auch die Kamera laufen lassen und das ein bisschen auf YouTube filmen. Genau, und so bin ich zum Basteln gekommen. Ja, als nächstes habe ich meine liebe Miss Fruchteis und sie wollte etwas über die Swaps wissen, die wir bei der Stampin' Up Veranstaltung machen. Und zwar gibt es ja jetzt demnächst die One Stage, also am kommenden Freitag. Das ist eine Veranstaltung für alle, die es nicht wissen, intern von Stampin' Up, wo auch nur Stampin' Up Mitarbeiter eben dabei sein dürfen. Dort werden zum Beispiel neue Kataloge vorgestellt. Dort kann man kreativ, eine kreative Zeit haben. Dort kann man eben diese kleinen Swaps, selbstgemachte Teilchen mitbringen. Und sie wollte jetzt wissen, ob man wirklich diese Swaps nur machen darf aus aktuellen Stampin' Up Produkten. Und ja, das ist so. Und ich nehme stark an, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke, dass es einfach aus dem Grund sein wird, dass zum Beispiel die Sachen von der Celebration, die es jetzt gab, das sind so Sondersachen, die man sich ab einem bestimmten Bestellwert aussuchen darf. Und ich nehme stark an, dass nicht jeder das Gleiche hat, weil wir sind ja doch sehr unterschiedliche Menschen. Und da die Celebration dann schon zu Ende ist, könnte man sich die Sachen eben auch nicht mehr bestellen. Und das wäre sehr schade, weil man dann eben die Sachen nicht mehr nachbasteln kann. Und so ist es eben auch mit allen anderen Produkten, die vielleicht schon lange aus den Katalogen raus sind und so weiter. Die hat eben nicht mehr jeder greifbar, kann sie sich nicht nachbestellen und könnte somit die Sachen nicht nachbasteln. Und ich denke, dass das einfach der Grund ist. Ich habe jetzt übrigens hier keinen Swap mit vor die Kamera genommen. Einfach aus dem Grund, ich möchte euch die Swaps, die ich selbst gemacht habe und die ich dann eben auch getauscht habe, in einem separaten Video zeigen, irgendwann nach der One Stage. Und deswegen zeige ich euch die jetzt noch nicht. Ich werde aber auch ein Video machen. Also einmal werde ich ein Video machen, wo ich euch die Sachen zeige, die Swaps, die ich selber verschenkt habe, wie auch die Sachen, die ich bekommen habe, also getauscht habe. Und ich werde ein Video machen, in dem ich euch zeigen werde, wie ich meine Swaps gebastelt habe. Genau. Also das kommt auf jeden Fall noch, da könnt ihr euch noch drauf freuen. Als nächstes habe ich eine Frage von Goldbody bekommen. Und zwar hat sie mich gefragt, ob ich auch stricke oder häkle. Stricken, ehrlich gesagt, mache ich nicht wirklich gern. Meine Umi hat mir das vor vielen Jahren mal gezeigt. Ich kann es, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Ich kann dir nicht erklären, warum. Häkeln tue ich allerdings schon. Ja, vielleicht nicht immer so toll, aber ich sage mal, so einfache Sachen wie Mützchen habe ich schon ganz viele verschenkt für Babys, wenn Babys geboren worden sind. Oder aber auch so kleine Schuhchen. Also sowas kriege ich einigermaßen hin. Und dafür gucke ich dann immer auf eines der vielen, vielen YouTube-Videos, die es gibt, für die ich sehr, sehr dankbar bin, wo die Leute wirklich tolle Sachen zeigen, die sie häkeln und wo man es toll nachmachen kann. Was ich mir mal selbst ausgedacht habe, habe ich hier oben sitzen. Und zwar habe ich mir mal so eine Püppi gehäkelt. Und zu der Zeit, als ich die gemacht habe, hatte ich hier oben blonde Haare und unten blau. Und das fand ich irgendwie toll. Und deswegen hat die Püppi auch blaue Haare gekriegt. Also ich hatte so einen Türkis hier unten drin, nicht blau, aber sie hat halt hier dann blaue Haare bekommen. Ja, und die habe ich mir mal gehäkelt. Die finde ich auch ganz witzig, aber für meine Ansprüche nicht schön genug, um sie zu verschenken. Und da es auch so ein erstes Teilchen war, was ich mir selbst ausgedacht habe, bleibt die sowieso bei mir. Ja, dann hat sie noch so ein paar Wackelaugen bekommen. Die habe ich vom Action mal geholt und die habe ich ihr einfach nur aufgeklebt, mit einem kleinen Mund noch rein, ja, Füßchen dran, dass sie auch sitzen kann. Und ja, die Hand, die stand immer so merkwürdig komisch hier irgendwie so komisch ab. Und dann habe ich die hier einfach angenäht und fertig ist. Ja, und der Arm, den fand ich ganz in Ordnung, so wie er war. Und deswegen habe ich ihn auch so gelassen. Ja, und die Püppi sitzt immer da oben und schaut mich an. Und da kommt sie auch gleich wieder hin. Ja, also so viel dazu. Dann die Anis Kreativkiste hat mich gefragt über Stampin' Up. So ein bisschen genauer, wie ich denn dazu gekommen bin, beziehungsweise seit wann ich Demonstratorin bin und wie ich das mit meinem Start gemacht habe in Bezug auf Absatzzahlen und Kundengewinnung und die Buchhaltung. Und da steckt so viel drin, was vieles mich aber gar nicht beschäftigt. Und zwar erkläre ich das mal. Ich bin Stampin' Up Demonstratorin geworden für mich als Hobby. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, man hat bei Stampin' Up sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann einmal, so wie ich, sagen, nö, ich mache das nur für mich. Man hat dann in einem bestimmten Quartal einen bestimmten Absatz, den man quasi erfüllen muss, also den man bestellen muss, einen bestimmten Bestellwert. Und dann kann man eben sagen, okay, das mache ich nur für mich und bestelle dann eben so und so oft und habe dann dieses Kontingent eben für mich erfüllt. Oder aber man sagt, jawohl, ich möchte Kunden gewinnen und möchte eben sehr, sehr viel Geld mit Stampin' Up verdienen. Und umso mehr man macht, umso mehr verdient man dann eben, umso mehr man eben verkauft. Ja, und das war nie mein persönlicher Anspruch. Das wollte ich nie. Für mich war einfach nur, ich möchte das als Hobby für mich machen. Und ich liebe diese Stampin' Up Produkte und ich wollte einfach mal außergewöhnliche Sachen haben. Wie zum Beispiel, ich mag nicht gerne Klamotten, die jetzt jeder Zweite trägt. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel New Yorker. New Yorker ist eine relativ günstige Marke und sehr viele Leute kaufen sich Klamotten von New Yorker und tragen die halt. Und ja, ich mag das auch. Es gibt auch Teile, natürlich habe ich auch was von New Yorker im Schrank. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur irgendwelche Sachen habe, die kein anderer hat. So ist es auch nicht. Aber ich mag immer so ein paar besondere Sachen, wenn ich mal so einen besonderen Tag habe. Und dann nehme ich eben Klamotten, die ich mir entweder selbst genäht habe, die dann wirklich niemand anders hat, außer ich. Oder aber ich nehme mir, ich ziehe dann Sachen an aus Shops, die vielleicht nicht so berühmt bekannt sind oder bestimmte Shops, die halt eben etwas ausgefallener sind vom Style her. Was aber einfach nicht jeder trägt, weil sich manche das vielleicht nicht trauen oder keine Ahnung warum. Und ich habe ab und an Tage, da mag ich das einfach so ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt herausstechen und das soll mich jetzt nicht jeder angucken. So ist es auch nicht. Aber es gibt schon Tage, wo ich einfach so was anderes mag. Einfach nicht das, was eben jeder hat, was jeder trägt und so weiter. Und genau so ist es für mich auch beim Basteln. Und ich finde Stampin' Up ist erstens sehr hochwertig qualitativ. Zweitens kauft es nicht jeder, wie jetzt zum Beispiel die Action Sachen. Die haben die meisten. Viele, viele Leute haben Sachen vom Action. Ist super. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ich selber habe auch sehr viele Sachen vom Action. Ihr wisst das durch meine Hauls. Und ich finde es auch super, dass es so was gibt, dass eben auch Leute, die vielleicht finanziell nicht so die Möglichkeit haben, sich auch mal andere Sachen zu kaufen, dass sie trotzdem nicht darauf verzichten müssen, dieses Hobby trotzdem ausüben können und dann eben die Action Sachen haben. Finde ich super. Aber ich persönlich mag eben auch gerne mal etwas, was so ein bisschen ausgefallen ist. Und dafür finde ich, sind die Stampin' Up Produkte eben genau das Richtige für mich. Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum ich so mit Stampin' Up angefangen habe. Ja, und als nächstes mit den Absatzzahlen. Dadurch, dass ich es nur als Hobby betreibe, musste ich mir nie über Kunden oder Absatzzahlen oder so Gedanken machen. Ich muss einfach nur gucken, habe ich in meinem Quartal genug bestellt oder nicht? Und alles andere braucht mich nicht interessieren. So, ja, was gibt es dann noch? Genau, Buchhaltung. Buchhaltung, da ist es so, dass ich mich schon mit Buchhaltung auskenne, weil es eben so ist, dass ich ja vorher Thermomix gemacht habe. Also ich war theoretisch vorher Thermomix-Demonstratorin und habe eben den Thermomix in Haushalten vorgeführt und die Leute haben ihn dann gekauft. Und ja, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, einmal in mich gehen, ob ich das jetzt so erzählen möchte, weil es jetzt doch ziemlich tief geht. Und zwar geht es darum, warum habe ich eigentlich mit Thermomix aufgehört und dafür dann mit Stampin' Up angefangen. Das hat einen einfachen Grund. Es ist so, dass im letzten Jahr, im Mai, unser jüngster Sohn sehr, sehr plötzlich verstorben ist. Und es war dann so, dass ich mich sehr, sehr zurückgezogen habe, mich quasi nur noch in meinem Zimmerchen aufgehalten habe, meistens hier halt drin war und dann vor mich hin gebastelt habe. Und es war dann so, dass natürlich Thermomix dann nach einer gewissen Zeit auch fragt, was ist denn, möchten Sie denn überhaupt Thermomix weitermachen? Und man hat sehr, also meine Chefin sozusagen, also meine Gruppen- oder Teamleiterin, der ich sehr, sehr dankbar bin für vieles, hat mir immer sehr zur Seite gestanden und hat auch oft sich nach mir erkundigt, wie es mir geht und so weiter und so weiter. Und es war aber so, dass ich irgendwann einfach für mich eine Entscheidung treffen musste, wie geht es jetzt weiter? Und bei Thermomix ist es einfach so, dass man, natürlich hätte ich auch einen YouTube-Kanal machen können und dann eben mit dem Thermomix kochen können und versuchen können, darüber dann Thermomix-Geräte zu verkaufen. War für mich aber nicht die wirkliche Lösung, weil YouTube theoretisch für mich ja eigentlich auch nur ein Hobby ist. Ist ja jetzt auch nicht irgendwas, womit ich jetzt irgendwie Geld verdienen möchte oder so, sondern einfach ein Hobby, das mir Spaß macht. Und ja, es ist eben so, dass mit Thermomix hat man eben auch im Nachhinein, also man hat einmal natürlich diese Partys, wohin man dann eingeladen wird und dann mit Gästen dann eben den Thermomix vorführt, gemeinsam kocht, gemeinsam isst und einen schönen Abend hat. Das macht theoretisch auch Spaß. Es hat mir immer viel Spaß gemacht. Es ist toll, fremde, neue Leute kennenzulernen. Und es sind sogar auch in dieser Zeit wirklich Freundschaften entstanden, auf die ich auch nicht mehr verzichten möchte. Oder auch wenn die Menschen jetzt vielleicht nicht mehr so viel in meinem Leben sind, ist es eine Zeit gewesen, die ich definitiv nicht missen möchte. Und auch die Menschen, es wäre sehr schade, die nicht kennengelernt zu haben, die ich in dieser Zeit eben so lieb gewonnen habe. Und ja, es war einfach so, wie gesagt, dass es für mich sehr, sehr schwer war, hier aus meinem Zimmer überhaupt irgendwie wieder rauszukommen. Und ich musste mich ablenken. Ich konnte einfach nicht darüber nachdenken, was passiert ist. Und deswegen habe ich dann eben irgendwann die Entscheidung getroffen, ich werde kein Thermomix mehr machen. Ich bin nicht in der Lage dazu, zu Leuten zu fahren, dort ein fröhliches Gesicht aufzusetzen und denen nett, freundlich und mit Freude an der Sache den Thermomix nahe zu bringen. Es ist so, dass ich meinen Thermomix liebe. Ich werde ihn nie, nie, niemals hergeben. Und ich möchte ihn auch nicht mehr missen in meiner Küche. Es ist eine unheimliche Erleichterung. Man ist in seiner Kreativität, explodiert förmlich durch die vielen, vielen Möglichkeiten, die man hat. Und wie gesagt, es macht unheimlich viel Spaß, damit zu arbeiten. Aber es ist für mich zu dieser Zeit zumindest nicht mehr möglich gewesen, da rauszugehen und den Leuten das so rüberzubringen. Und das wollte ich weder für mich, dass ich mich da irgendwie rumquäle, noch wollte ich es für die Kunden, dass sie da jemanden haben, der plötzlich in Tränen ausbricht oder so. Oder auf einmal gar nicht mehr weiß, was er eigentlich erzählen wollte, weil auf einmal alle Gedanken weg sind. Das wäre einfach nicht gegangen. Das wäre nicht für mich gegangen. Das wäre nicht für Vorwerk gegangen. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Und dadurch, dass ich eben hier in meinem Zimmer so eingeigelt war und dann eben, wie ich vorhin bei Lukas' Frage schon gesagt hatte, dann auch gedacht habe, Mensch, dann kannst du doch die Kamera anmachen. Und das hat mich alles abgelenkt. Es hat mich zu anderen Gedanken gebracht. Es hat mir wieder neue Freunde gebracht, die ich auch wirklich sehr lieb habe. Und ja, also einige von euch habe ich wirklich sehr lieb gewonnen. Und es ist, wenn man ein Kommentar von manchen Leuten liest, ist es einfach, als wenn man einem Freund begegnet und freut sich einfach darüber. Also so geht es mir oft, wenn ich die Kommentare von euch lese, gerade die, die wirklich sehr häufig oder sehr regelmäßig dabei sind und sehr regelmäßig eben auch an meinem Kanal quasi mitarbeiten. Ja, okay, ihr Lieben, ja, jetzt habe ich auch, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren. Genau, Buchhaltung, da bin ich von abgekommen. Also wie gesagt, ich kenne die Buchhaltung durch Thermomix, aber dadurch, natürlich muss ich trotzdem meine ganzen Quittungen, Bons und alles aufheben. Und auch wenn ich was verkaufe für andere oder so, muss ich das alles abheften. Bei mir ist diese ganze Buchhaltungsgeschichte sowieso noch mal was anderes. Da ich ja verheiratet bin und bei uns das alles ein bisschen anders dann noch geregelt ist. Da möchte ich jetzt aber nicht so genau drauf eingehen. Und da müsst ihr für euch auch schauen, werdet ihr mit eurem Mann zusammen veranschlagt oder wie funktioniert eure Buchhaltung. Also da müsst ihr euch beim Steuerberater informieren und der wird euch dann erklären, was für eine Buchhaltung ihr braucht. Da ich einen bestimmten Umsatz mit dieser Geschichte sowieso wahrscheinlich nicht erreichen werde, ist es einfach so, dass das quasi jetzt noch als Hobby gilt. Also es ist natürlich immer möglich, dass ihr Bestellungen über mich macht. Das ist aber nicht mein Ziel mit Stampin' Up. Also klar freue ich mich, wenn ihr sagt, ja, ich möchte gern was bei dir bestellen, weil dadurch muss ich dann eben weniger bestellen. Und wenn man mal einen Monat hat, wo man sagt, ach, diesen Monat, ich weiß gar nicht, was ich mir bestellen soll, obwohl es eigentlich immer so neue Sachen gibt und es ja auch immer neue Aktionen gibt und man immer wieder was findet, was man dann doch gerne noch haben möchte. Manchmal ist es aber einfach so, dass man sagt, oh, diesen Monat habe ich so viel Geld für andere Sachen ausgegeben und dann hätte man das Geld vielleicht gern für andere Sachen. Kann alles mal passieren. Deswegen überhaupt kein Ding. Ihr dürft immer gerne bei mir bestellen. Es ist nur einfach nicht mein Ziel zu sagen, ich möchte viel Geld mit Stampin' Up verdienen. Fertig. Und zu deinem Letzten, was du noch geschrieben hast, dass du eben auch mit dem Gedanken spielst, Demonstratorin zu werden. Auch da darfst du mich gerne anschreiben. Wir haben ja privat auch schon mal ein bisschen Kontakt gehabt. Du darfst mich gerne privat mal anschreiben, wenn du da wirklich Interesse dran hast. Dann würde ich dir mal ein paar Infos weitergeben. Und ja, dann könntest du quasi über mich halt mit Stampin' Up auch anfangen, wenn du möchtest. Also sowas geht zum Beispiel auch. Ja, gut. Oder ich leite dich weiter an meine Gruppenleitung, sozusagen, wenn dir das lieber ist, wenn du jemanden lieber hättest, der eben da mehr Erfahrung hat, weil ich bei vielen Sachen auch noch nachfragen muss, da ich eben noch nicht so lange dabei bin. Das darfst du natürlich ganz für dich selbst entscheiden. Ja, ihr Lieben, das war jetzt ein ziemlich langes Video mal wieder. Und ich habe sehr, sehr viel erzählt. Es gilt genau wie beim letzten Mal. Ihr dürft gerne wieder unten in die Kommentare Fragen schreiben. Und ich werde mich bemühen, sie euch zu beantworten. So wie ich eben kann. Ja, ihr Süßen. Dann möchte ich mich verabschieden von euch und sage euch noch eine schöne Zeit, wann auch immer ihr gerade das Video schaut. Und dann bis bald. Ich habe ein bisschen Snip-Snap-Inf... Out! Out!